hallo und herzlich willkommen zum ersten video von tieferforschen hier hat peter frahmann video veröffentlicht das hieß atheist in zehn minuten nicht gucken wenn du gläubig bleiben willst direkt mal los mit frage eins und zwar ob ich generell an gott glaube und da direkt mal eine gegenfrage welchen gott meinen sie denn genau von den circa 5000 göttern der menschheitsgeschichte man sie vielleicht zeus oder apollo oder botan oder krishna welchen gott meinst du denn es gibt so so viele götter welchen genau meinst du davon und das ist ein trugschluss weil die frage meint nicht glaubst du an welchen gott spezifisch glaubst du das war nicht die frage man glaubst du allgemein dass es ein gott gibt gott ist allmächtig allwissend es kann nur einen allmächtigen geben gäbe es zwei allmächtige denn wer hätte dann die macht über den anderen wenn einer über den anderen die macht hat dann ist der eine ja schon nicht mehr allmächtig aber menschen können unterschiedliches bild davon haben wie gott ist gott ist nicht gleich gott das nennt man auch erquivikations fehlschluss das ist der fachbegriff dafür wenn man zwei begriffe nimmt gleich heißen aber nicht dasselbe bedeuten ein simples beispiel dafür ist das eisbrechen wenn ich jetzt sage ja ich habe gestern mich mit jemanden getroffen haben wir erst mal das eis gebrochen sagte ach und dann habt ihr so ein so eine stange eis genommen die haben es verbrochen nein das meinte ich damit nicht aber du hast das doch gesagt wenn jemand sagt gott dann ist nicht unbedingt gott damit gemeint sondern viele götter sind dann ja gottheiten oder im englischen gibt es auch guard und dann gibt es auch guard mit einem kleinen g also gott mit großem g und gott mit klein g das ist ein unterschied dazwischen ist nicht dasselbe viele gottheiten sind halt einfach nur sozusagen unsichtbare superhelden mit krassen super fähigkeiten oder so was man aber hier im westen tendenziell mit gott meint ist aber dieser gott der allmächtig ist der allwissend ist und da gibt es nicht so viele wenn du da nur das christentum und den islam ist also schon die hälfte der menschheit ungefähr abgedeckt beide aus der abrahamitischen tradition also eine religion tradition deckt die hälfte der menschheit oder meinen sie vielleicht zufällig einen von den modernen die zurzeit gerade hip sind also aller beziehungsweise der christliche gott jetzt gerade sind halt die der christliche gott und der muslimische gott in und nächste woche ist wieder jemand anderen in also versucht dieses gefühl zu vermitteln das ist jetzt einfach gerade nur so ein hype aber ungefähr so weit wie unsere geschichtsschreibung zurückgeht wo wirklich schriftliche aufzeichnungen stattgefunden haben ungefähr so weit können wir auch den abrahamitischen gott zurückerfolgen das christentum das ja ein ableger von diesem gottesglauben ist das geht es ist schon groß also dass man dann kann es wirklich große religion seit gut 1500 jahren reine rhetorik um bei dir das gefühl auslösen jahr das ist jetzt halt gerade so und morgen ist wieder irgendwas anders nee morgen wird das christentum immer noch da sein und übermorgen auch und in tausend jahren auch global gesehen wächst nach wie vor das christentum und der islam wächst auch also dass die gehen nicht so schnell weg und die sind schon sehr sehr alt ich lehne nicht wie sie nur 4999 von diesen behaupteten 5000 göttern ab sondern einfach noch ein mehr also alle 5000 also es wäre ungefähr so wie da liegt irgendein typ mit mit dem messer in der brust keine finger abdrücke auf dem messer von ihm selbst sondern irgendwelche anderen finger abdrücke und da liegt dann der brust irgendwie auf dem boden und dann sagt der erste inspektor ja ich glaube das war der hannis dann kommt der zweite detektiv und sagt nee ich glaube das war der maximilian und da kommt der dritte meint dann ich glaube das ist der moritz gewesen und der vierte sagt dann ich glaube das war der der totoloris keine ahnung und die die streiten drüber und dann kommt immer der fünfte an und sagt pass mal auf ich glaube das war einfach gar keiner wie das war keiner ja guck mal du lehnst hier den moritz den totoloris und den maximilian und so ab und ich lehne einfach nur noch einen mehr ab nee die alle sind sich einig einer hat den mord begangen die sind sich uneinig darüber wer der mörder ist und der nächste punkt da kommen wir aber später noch mal drauf er tut so als wären alle glaubens richtungen gleich wahrscheinlich wenn du irgendwo fußabdrücke siehst ja und dann sagt ja ich glaube das war die person das war die person dann die haben ja alle unterschiedlich große füße und du kannst sagen ja bestimmte füße passen auf jeden fall nicht rein wenn wenn da so so ein kleines prinzesschen fußabdruck so von cinderella da irgendwie im im schnee ist und dann dann kommt da so bigfoot an dass du ja warum sollte es nicht bigfoot sein so nee bigfoot war es nicht guck dir mal den fußabdruck an so und deswegen können wir können natürlich verschiedene religionen uns angucken gucken wie wahrscheinlich sind die welche argumente geben diese leute dafür dass ihre religion die richtige ist wie viele antworten kann uns diese religionen auch fragen geben die logisch kohärent sind all solche sachen kann man sich angucken und man kann darüber streiten vielleicht sagst du ja christentum ist total dumm und ich schreibe dir warum es dumm ist in die kommentare aber trotzdem nicht jede nicht jeder glaube ist gleich wahrscheinlich und auch ein atheist sollte das glaube ich zu erkennen geben okay frage zwei war falls sie nicht daran glauben wie begründen sie das und zwar erstens weil ich nicht von kindheit an damit indoktriniert wurde dass es angeblich wahr ist und zweitens weil mich die argumente nicht überzeugt haben das bedeutet aber er wurde mit was anderem indoktriniert und zwar dass es gott nicht gibt es gibt doch einige studien zeigen dass kinder intuitiv einen gewissen gott glauben haben also das heißt wenn wenn du dass man den meisten kindern eher ausreden muss dass es sowas wie ein gott gibt sie intuitiv erstmal davon ausgehen dass es sowas gibt und zweitens wenn die argumente nicht überzeugt haben wenn das der fall ist und ihnen die argumente nicht überzeugt haben dann sagte damit ja dass er sich mit den argumenten beschäftigt hat ja zum beispiel so knaller wie ja aber die wissenschaft weiß nicht genau wie das universum entstanden ist und deshalb muss es auf jeden fall zauberei gewesen sein hier nennt er jetzt ein argument das ist ein sogenanntes stromann argument das heißt es ist ein argument das nie einer machen würde als zumindest kein christlicher apologet den ich kennen würde dieses argument von wegen wir wissen nicht wie das wie das universum entstanden ist folglich muss es gott gewesen sein ist natürlich quatsch dass das das sagt keiner es gibt argumente die sich die das sich auf den anfang des universums beziehen aber nicht in dieser weise da kann ja mal ein anderes video darüber machen wenn euch das interessiert die man vom anfang des universums aus für die existenz gottes argumentiert und da gibt es argumente ich finde die ganz gut ich würde nie behaupten dass die jetzt zu 100 prozent die die frage eindeutig klären aber ich finde es sind legitime argumente wo gott als ein wo dann benutzt man die erklärkraft von gott atheismus das ist ja was total verrücktes oder eine riesen eigene weltanschauung was ja total anders dabei sind sie halt selbst in bezug auf alle anderen 4999 gottheiten ja auch atheisten also was jetzt erstmal das wörterbuch raushaut das google vorschlägt keine ahnung woher das hat ist weltanschauung wohl gerade noch gesagt dass keine weltanschauung die die existenz eines gottes verneint beziehungsweise bezweifelt es ist nicht die einzige definition wir gucken mal was was wikipedia dazu sagt atheist muss bezeichnet die abwesenheit oder ablehnung des glaubens an gott beziehungsweise götter das ist so was sie immer wieder sagen ich habe einfach nur einen fehlenden glauben ich mache keine positive aussage ist natürlich unsinn natürlich machen sie eine positive aussage kommen wir auch nachher noch mal zu aber ich habe einfach einen mangel an glauben du glaubst es gibt einen gott oder du glaubst nicht dass es einen gott gibt das verändert alles es verändert alles in deinem weltbild es gibt sehr 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 schwierig eine objektive moral zu zu etablieren ohne einen gott oder ich würde sogar behaupten unmöglich wenn man wirklich wirklich konsequent atheistisch ist und versucht logisch sein weltbild logisch kohärent zu gestalten landest an der regel eigentlich immer in der bedeutungslosigkeit wir sind alles sternstaub und was ist an dem einen sternstaub wichtiger als dem anderen eigentlich nichts aber ich persönlich habe halt erfahrungen und ich möchte dass es mir gut geht so da darauf läuft es am ende dann am ende hinaus und nichts anderes ist ja atheist muss erstmal nur das heißt die ablehnung von gottes behauptungen das ist ein fehler den den neue artisten ganz oft begehen im internet sie verwechseln die definition einer sache mit der sache selbst weil die definition einer sache ist nie nur die sache also ein simples beispiel wenn gehen wir mal die die definition von kommunismus nach karl marx die auf den sozialismus folgenden entwicklungsstufe in der alle produktionsmittel und erzeugnisse in das gemeinsame eigentum der staatsbürger übergehen und alle klassengesetze überwunden sind ich werde es mal ein bisschen vereinfachen für das beispiel wir nennen jetzt einfach mal die definition gehen wir davon aus kommunismus würde man verstehen als es gibt kein privateigentum mehr und es gibt keine hierarchien und wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt ja erst kommunist dann würde ich zudem sagen also bist du für massensterben du willst dafür dass das millionen menschen in konzentrationslager gesperrt werden du willst dass das menschen umgebracht werden dass menschen verhungern sagen nein nein dafür bin ich nicht guck doch noch mal die definition von kommunismus nach da steht es kommunismus ist einfach nur das ablehnen von hierarchie und es ist das ablehnen von privateigentum ich bin nur dafür das ist die definition von kommunismus aber kommunismus ist viel mehr als diese definition guck dir doch mal die definition von schrank an ein schrank ist ein höheres kasten artiges mit türen versehenes oft verschließbares möbelstück zur aufbewahrung von kleidung geschirr büchern nahrungsmittel und anderen okay da steht nirgendwo drin dass ein schrank schwer ist die definition von schrank enthält nicht dass ein schrank schwer ist also kannst du den schrank auch tragen natürlich quatsch weil der schrank ist ja nicht nur seine definition die nehmen so eine spezielle definition von atheismus nicht mal die die ich eben gezeigt habe wo sogar drin steht dass es eine weltanschauung ist sondern dieses einfach nur mangel an glauben aber dass das unglaublich starke auswirkung hat auf das weltbild in allen bereichen deines weltbildes also so ziemlich fast kein bereich deines weltbildes bleibt unangetastet bei der frage ob gott existiert oder nicht ob es gott gibt wenn gott existiert ändert sich alles alles bis ins letzte kleinste detail weil wenn gott existiert dann hat dein leben bedeutung dann ist alles was du tust bedeutungsvoll alles ist entscheidend wenn gott nicht existiert dann ist die wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch dass nichts bedeutung hat eigentlich sachen sind nur subjektiv bedeutungsvoll im endeffekt bist du dann gott du entscheidest was du als bedeutungsvoll erachtest oder nicht aber es gibt keine instanz über die das für dich entscheiden kann sie machen halt bei einem von diesen 5000 göttern eine ausnahme und die mache ich persönlich halt einfach nicht das stimmt nicht wir machen keine ausnahme wir alle sind uns einig wir alle 5000 religionen wir alle sind uns einig es gibt gott also keiner macht hier eine ausnahme aber die beweislage für alle dieser 5000 götter plus fabelwesen und so weiter ist halt exakt genau gleich 0,0 prozent wie wie kommt er darauf also das finde ich interessant wie wie kommst du darauf dass die beweislage 0,0 prozent ist und was ist 0,0 prozent was ist was ist fünf prozent wann wann hat man eine beweislage von fünf prozent deshalb ist atheismus auch weniger eine weltansicht als viele glauben sondern ist es mehr einfach nur eine antwort auf eine behauptung und zwar ist die behauptung es gibt einen gott oder götter und atheisten hören sich das an und sagen dann überzeugt mich nicht glaube ich nicht dran lehne ich ab nee ist tatsächlich viel viel mehr es ist tatsächlich die frage nach hat das universum eine bedeutung ich würde erstmal erwarten dass du mir entweder wenn du sagst es gibt keinen gott dann hast du die beweis dass du hast die beweis dass mir zu zeigen entweder dass das universum keinen sinn hat belegt mir es hat keinen sinn weil meine startposition genauso wie ich glaube dass ich mir nicht alles um mich herum einbilder sondern dass diese welt hier wirklich existiert genauso würde mir erst mal würde ich da erwarten dass mir leute beweisen dass dass der computer hier nicht existiert dass das mikrofon nicht existiert da würde ich beweise von dir erwarten ich gehe davon aus dass die sachen echt sind genauso gehe ich davon aus dass das universum einen sinn hat und die einzige antwort die ich auf die ich immer komme die irgendwie logisch in sich schlüssig ist dass es einen gott gibt der dem universum einen sinn gegeben hat der den das universum mit einem zweck geschaffen hat wenn du mir keine andere antwort darauf geben kannst oder belegen kannst dass das universum keinen sinn macht dann werde ich daran festhalten dass es gott gibt und dann bleibe ich halt und deswegen das ist das ding wenn wenn du sagst du bist atheist macht das ganz viel mit dem weltbild ist es eine riesen weltanschauung in dem sinne natürlich kann ich sehr unterschiedlich aussehen aber es hat es ist ein startpunkt der alles andere verändert in deinem weltbild weil plötzlich eigentlich alles sinnlos ist oder du musst irgendwelche ganz komischen abstrusen theorien erschaffen die irgendwie versuchen zu erklären warum das universum einen sinn hat kommen wir jetzt zu dem versprochenen argument für die existenz gottes wie gesagt ich kann hier nicht beweisen dass gott existiert was sind denn die eigenschaften von gott dann würden wir sagen gut gott ist allmächtig gott ist allwissend er ist außerhalb von raum und zeit und er hat einen willen keiner weiß wer die pyramiden gebaut hat und dann gibt es die krankesten theorien im internet von es waren aliens es gibt theorien wo leute sagen oh das waren es waren irgendwelche antiken zivilisationen die hoch entwickelt waren hat gesagt wir haben ganz ganz viele fragezeichen zu den pyramiden wissen fast nichts darüber aber trotzdem sind wir uns ziemlich sicher dass diese pyramiden gebaut wurden von irgendetwas mit einem willen warum weil es komplex ist und weil es eine gewisse ordnung hat also es ist eine komplexe struktur mit einer ordnung drin ich habe noch nie in meinem ganzen leben jemals die theorie mit hätte gelesen dass vielleicht die pyramiden ja einfach nur durch irgendwelche erdbeben natürlich entstanden sind und was was ist denn allmächtig außerhalb und und außerhalb von raum und zeit was ist allmächtig und außerhalb von raum und zeit was würden die meisten menschen sagen existiert das wirklich allmächtig ist außerhalb von raum und zeit ist da gibt es etwas und zwar die natur gesetze die natur gesetze sind omnipräsent die sind überall anwesend das ist eine weitere eigenschaft übrigens von gott die habe ich jetzt gar nicht eingefügt aber erst die sind omnipräsent sie sind überall anwesend egal ob ich hier bin oder drüben bin im universum sind überall da gleichzeitig sind sie aber außerhalb von raum und zeit sie sind jetzt nicht so dass sie zu einem bestimmten zeitpunkt ein bestimmten ort sind sind überall aber gleichzeitig auch irgendwie außerhalb von raum und zeit verändern sich gar nicht und sie kontrollieren alles sie bestimmen alles was im universum passiert jedes einzelne atom jede einzelne aktion in dem in bereich der quantenmechanik wird bestimmt von den natur gesetzen also sie sind allmächtig sie bestimmen alles sie haben macht über alles im universum das ist die korrekte definition von allmacht das heißt sie sind allmächtig sind omnipräsent und und in dem sinne müssten sie ja auch wenn sie einen willen haben dann müssten sie auch allwissend sein jetzt ist die frage sind sie haben sie einen willen sind sie produkt eines willens und die antwort ist sehr wahrscheinlich meiner meinung nach denn die natur gesetze haben eine gewisse komplexität komplexität aber sie haben auch eine ordnung sie verändern sich nicht andauernd sie sind nicht chaotisch sie sind stabil und sie produzieren diese welt die wir um uns herum sehen und wir sind haben menschen die die über natur gesetze nachdenken können und forschen können und all den ganzen kram das heißt sie es ist eine komplexe ordnung die dort stattfindet bei den natur gesetzen und so wie wir sofort bei einer pyramide auf die idee kommen dass da irgendwie eine intelligenz hinter stecken muss auch wenn wir gar nicht wissen wer es war und wie es war und keiner jemals auf die idee kommen würde dass diese pyramide von natürlichen eruption entstanden ist genauso können wir auch davon ausgehen dass die natur gesetze weil sie eine komplexe ordnung haben und wir einen zweck von ihnen ablesen können auch wenn wir nicht genau wissen was der zweck ist aber wir können irgendwie erkennen da scheint ein zweck hinter zu stecken können wir davon ausgehen dass die auch einem willen entspringen und dieser wille der muss ja in der lage sein die natur gesetze zu kontrollieren das heißt diese person die diesen die die natur gesetze kontrolliert ist allmächtig allwissend außerhalb von raum und zeit und hat einen willen hat ein ziel und das ist gott also das ist das was man an gott nennt und damit hätten wir diese liste abgearbeitet und hätten gesagt okay alle können überall den haken machen okay gott existiert ja ich freue mich von euch zu hören das war's bis zum nächsten mal